Wir sind dafür da, dass sich Kinder entwickeln in ein eigenverantwortliches Leben. Die Proeventute bietet Kindern und Jugendlichen hier die Möglichkeit, dort abgeholt zu werden, wo sie aktuell stehen und genau von dort aus sich entfalten zu können mit all ihren Problemen, die sie mitbringen, aber da hinzuschauen, was braucht jedes Kind, um sich gut entwickeln zu können, um letztlich in ein eigenverantwortliches Leben entlassen zu werden. Und da ist es unumgänglich, sich permanent zu entwickeln und permanent darauf zu achten, wo sind die Bedürfnisse, wie kann ich einen sicheren Ort schaffen, wie kann ich Wohlfühlen und Vertrauen aufbauen und immer wieder Inputs zu geben und den Schubser in die richtige Richtung, dass eben etwas passiert, weil unser Ziel ist es ja, gereifte und gut ausgestattete, mit Werten ausgestattete Kinder und Jugendliche in einer Gesellschaft zu entlassen.